Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und hallo Mr. Kammermann, kommen Sie her! Heute degustieren wir einen italienischen Prosecco, um genau zu sein, den Capene Malvolti. Glaube richtig gesagt, was meinen Sie? Ah, dann schauen wir mal, was das für ein edles Tröpfchen ist. Ah, schon einmal sehr edel mit Plastikdeckel. Oh toll, ein Drehverschluss. Es wird immer kostlicher. Eben, geben Sie mir ein Glas. Ich weiß nicht, wie viel er drin ist. Na ja, zuerst einmal beurteilen wir mal das Aussehen. Also es ist ein ziemlich heller Schaumwein bzw. Prosecco. Was denken Sie? Mal riechen. Riech nach Prosecco. Jawohl. So. Zum Wohle Mr. Kammermann. Hm. Schwierig. Wie bitte? Haben Sie gerade bläh gesagt? Nicht gut? Also was würden Sie jetzt von 1 bis 10 geben? Zeigen Sie es mit der Hand. Vier. Mr. Kammermann trinkt nicht sehr viel Schaumwein, richtig? Ich auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sein, der schmeckt nicht allzu gut. Also wenn Sie nicht viel Geld ausgeben wollen und einen vielleicht nicht allzu guten Schaumwein trinken wollen, dann kaufen Sie den hier. Ich habe da sie, dass die Wasser, was ich eigentlich nicht in meinem, was ich schon mal kristin hatte. So, jetzt coaster. Und jetzt wird noch ein bisschen. So, das ist schon mal jetzt besser. So, jetzt machen wir den hier. Und jetzt geben wir den lànen.